Hallo, hast du Lust auf ein schnelles Quiz? Kannst du alle fünf Fragen beantworten? Dann legen wir sofort los. Erste Frage. Von welchem Land erhielt Mexiko 1821 seine Unabhängigkeit? Von Frankreich, Spanien oder Italien? Von Spanien. Antwort B stimmt. Frage 2. Was bedeuten die Symbole Alpha und Omega auf der Osterkerze? Anfang und Ende, Ostern und Weihnachten oder Leben und Tod? Sie stehen für Anfang und Ende. Antwort A. Wie heißt eins der berühmtesten Kunstwerke des italienischen Malers Tizian? Wenn du kein Quiz mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal und like das Video. War es das letzte Abendmahl, Mona Lisa oder die Venus von Urbino? Das war die Venus von Urbino. Vorletzte Frage. Wo kam erstmals der Raifrock auf? In Spanien, Italien oder in Frankreich? Der Raifrock kam erstmals in Spanien um 1470 als glockenförmiger Verdogado auf. Antwort A ist richtig. Letzte Frage. Welche dieser Blumen sind essbar? Sind das herbstzeitlose, Chrysanthemen oder Goldregen? Das sind die Chrysanthemen, genauer gesagt die Speise-Chrysanthemen. Alle anderen Blumen sind giftig. Hast du alle Fragen beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Abonnieren und teilen nicht vergessen. Du möchtest uns unterstützen? Dann werde Kanalmitglied oder schicke uns ein Super-Fank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.